So, Liverpool ist unser nächster Gegner. Wir sind hier an der Anfield Road heute und müssen schauen, dass wir in dieses Halbfinale kommen. Ich sage, wie es ist, wenn wir international dabei sein wollen, dann müssen wir uns über diesen FA Cup qualifizieren, denn in der Liga geht es eigentlich nur mehr darum, dass wir diesen Mittelfeldplatz halten werden können. Das sieht man anhand der letzten drei Spiele, dass wir uns schwer tun, auch fitnessmäßig schon. Und darum werden wir das jetzt so machen. So, und da haben wir schon mal den Ball. So, und da haben wir das sage, wie gut. Und zwar jetzt schon mal hin. So, und da haben wir das sage, wie gut geht es, wie gut geht es, wie gut geht es, wie gut geht es, wie gut geht es. So, und da haben wir das sage, wie gut geht es, wie gut geht es, wie gut geht es, wie gut geht es. So, und da haben wir das sage, wie gut geht es, 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 wie gut Vielen Dank. 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 Oh my... ...